Können wir anfangen? L! Ein Tag vor London. Eins, drei! Maris Janssons probt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Symphonie Nummer 5 in E-Moll von Peter Tchaikovsky. Eine Sendung von Bernhard Neuhoff und Karl-Heinz Steinkeller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 stellungsmatik Es ist Zeit, Wackat! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020